Trocknen Sie manchmal Ihre Wäsche in der Wohnung oder befinden sich vielleicht noch nicht ganz getrocknete Kleidungsstücke im Schrank? Dadurch erhöht sich die Luftfeuchtigkeit und es können muffige Gerüche oder im schlimmsten Fall sogar Schimmelstellen entstehen. Mit den beiden kompakten Pelkey Luftentfeuchtern TTP5e und TTP10e von Trotec sorgen Sie für trockene Luft in fensterlosen Ballzimmern, Vorratskammern oder Kleiderschränken. Der TTP5e eignet sich bestens für Raumgrößen mit bis zu 6 Quadratmetern, der 10e mit bis zu 10 Quadratmeter und sie passen dank ihrer platzsparenden Abmessung auch in kleine Fächer oder Ecken. Sie entziehen der Luft zuverlässig Feuchtigkeit und schützen damit ihre Kleider und Möbel. Ihre Bedienung ist kinderleicht, einfach einstecken und anschalten. Die Wassertanks beider Geräte bieten genügend Platz für einen Dauerbetrieb von über zwei Tagen. Durch den integrierten Überlaufschutz schalten sich die Luftentfeuchter automatisch ab und die LED-Anzeige signalisiert Ihnen, wann der Wasserbehälter geleert werden muss. Der TTP10e verfügt zusätzlich über einen herausnehmbaren und leicht zu reinigenden Luftfilter gegen Tierhaare, Flusen und Staub. Im Inneren der beiden Geräte sorgt ein modernes thermoelektrisches Pelletier-Element ohne Kältemittel oder Chemie dafür, dass der Raumluft ohne Kompressor effizient und flüsterleise die Feuchtigkeit entzogen wird. TTP5e und TTP10e, Pelletier-Luftentfeuchter von Trotec. Wir haben was gegen Feuchtigkeit.